Es wurde jemand wegen dir gefeuert. Ja, ich hoffe nicht, weil es war einfach nur lustig. Es war nicht schlimm. JDD hat diskutiert hier gerade, Chad. Look at this. Marktall-Kalender. Morgen um 12 Uhr gibt's Co-Streams und dann einfach twitch.tv, Tolkien, lol. Englische Flagge. Morgen wird auf Englisch kommentiert hier, die LPL-Saga. Ein International-Influencer, Iwi. Was schreibe ich jetzt da runter? Bin Mr. International gewonnen? Diese Kommentarsektion gehört nun der Bundesrepublik Deutschland. Diese Kommentarsektion gehört nun der Bundesrepublik Deutschland. Soll ich noch für Kontexte runterschreiben, für die, die es nicht verstehen, wegen der Flagge? Nö. Okay, einfach so. Aber es wäre jetzt sehr peinlich, wenn niemand aus dem Chat drunter kommentieren würde. Stimmt, oder sprich Deutsch, du. Nein, 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 das ist zu much, das ist zu much. Aber er stellt Flaschkick, er kann nicht killen. Nein, ist schon der Block. Jetzt in Udi reintreten, er kennt beide, er kennt beide. Er kennt beide, er kennt beide, er kennt beide. Oh, das ist mal der Milchmann. Oh mein, nein, das fette Schiff von Udi war ready, das Double Schiff von B. Das ist genau, was JG auch gewünscht hat, Interaktion mit ihren Tweets. Machen wir mal. JG hat den Tweet geändert? Nee, haben sie nicht, haben sie nicht, haben sie nicht, noch nicht. Aber ist doch lustig. Die werden es auch lustig finden, hoffentlich. Wenn sie lustig finden, dann vielleicht Partnerschaft gecancelt. Ey, NIP Gaming, grüß dich, Bro. Wir sind leider hier für Funplus, wir sind leider gegen dein Team, Bro. Es tut mir leid. Aber wir sind für den Milchmann. Das ist schade, es tut mir leid, Bro, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber G1 war sexy und natürlich sind wir auch Rookie-Enthusiasten hier im Stream. Aber seitdem Shadow weg ist, du weißt es, sind wir nicht mehr der größte Fan. Der Milchmann ist auch ein guter, der ist ein guter, der ist ein sehr guter. Schon gut, dass der offizielle NIP Gaming Account im Chat dabei ist. War schon ziemlich Ehre. Warte, JG gerade, JG hat alle Kommentare deletetet, kann das sein? Warte, sind die sauer? Bei mir sind alle Kommentare weg. Bei Thea auch. Ich kann die Kommentare nicht mehr sehen. Warte, du. Partnerschaft gone, Speedrun-Edition. Well, shit. Okay, jetzt haben wir uns nicht lustig, dass wir uns über einen kleinen Fehler mit der Frage lustig gemacht haben. Okay, well, shit. Das nächste Mal machen wir den Berliner Bär, dann postet die Flagge da rein. In Berlin, dann ist es gut. Klage wurde geändert, ja, ich habe es gesehen, aber die Kommentare sind nicht mehr anklickbar. Ach, whatever, man, it happens. Jetzt nicht neu kommentieren, Chat. Das ist nicht gut, wenn ihr neu kommentiert. Das würde es nicht besser machen. Das würde es nicht besser machen, hört lieber auf. How to lose partnership. Ja, das partnership ist ja so oder so nur für Playoffs und ich ist ja auch, also ich würde gerne mit dem, was machen wir, JDG, gerade halt mit Biggerula, aber es ist jetzt nicht so eine Herzpartnerschaft, wie jetzt T1 wäre da, wie gesagt, es ist jetzt. T1 würde ich vor den Niederknien und ich würde betteln. Die Silte UleQ macht echt viel Damage. Oh, der Ducky-Stern ist aber da, der Ducky-Stern. Das ist aber nur D-City, also nur der AOE-Proc, keine wirklichen Knock-Ups, die durchgekommen sind. Harald 1, 2, 1 wäre hoher für ein IP. Ein Kill für einen Harald, Harald konntest du aber nicht aufsammeln, fairerweise. Also schnell Tennis-Stern für Run-Plus. Klar, lokale Squad of Harald wurde gedroppt, aber der Kill ist mehr wert und Harald selbst nicht aufgesammelt. Tut weh, was willst du machen, wenn du halt rausgechastet wirst von einem fetten, riesigen Arabian-Soul-Stern plus Live's Rumble-Ult. Wieso ist der Rumble-Stern als fast jeder Champion in dem Game gerade? Das stört mich ein bisschen. Ja. Oh, Milchmann. Oh, he dead again. Oh, no. Er wollte über die Wandflasche und dann wieder reingekumen, weil er in der Kill-Information gestorben. Die haben jetzt die Flagge einfach auf Deutsch und Englisch geändert. Und die sind jetzt so verwirrt. Deutsch plus Englisch, what is this? Die sind so verwirrt, Chad. Das ist ja so geil. Ist das verrückt. Wer jetzt der objektiv bessere Kurs, den man selbst von NIP kommentiert. Ach du Scheiße. Ich stich einfach raus. Als erstes ein Tweet und dann auch noch zwei Flaggen. Du bist es. Es sind 50 Antworten, die alle weg sind. Die kannst du nicht mehr anklicken. Die haben die einfach, die haben die deleted oder so. Die haben die Flagge von Englisch auf Deutsch gemacht, ist auf Englisch plus Deutsch. Die sind komplett verwirrt, die Arme-Jeddie-Boys. Aber dann again, die wollten Interaktion mit ihren Social-Media-Accounts. Mehr können die sich nicht wünschen. Naja, das ist Interaktion, sage ich. Halt, tue gerne, wo sie meine Kommentare nicht mehr. Verstanden, verstanden, verstanden. Verpackt, weil sie einen Tweet angepasst haben. Elon Musk soll also arbeiten, sagst du? Hello, why is this team not English? I came from the JGG-Post and wanted to watch an English-Code-Stream. Oh, ist das geil. Ich checke jetzt, warum mir den Milchmann nennt der. Siehst du, manchmal der Ausländerung. Oh, der Milchmann ist schon wieder tot. Aber der Oranian-Totstern, der NAAH! Mega-nah-Kommo-Rennen, der Double-Jump war wichtig von Shao LaHu. Aki fällt den Wand über die Wand zu bei Worldbreaker. Shanti darf nicht leben, er wird aufgegabelt. NRP, die 1 zu 0 führen, wenn der Typ hat er ordentlich abgebrätelt. Chat zu dem Kompi-Pasta, I'm sorry, Chat. Es ist ein English-Stream, now. Now, we are the English-Code-Streamer. Let's get it, guys. Yeah, I glow by Spider, ne? Äh, I think I'm Spider. The dog in the pen goes crazy. Yeah, we see here's the highlight of the teamfight. Now with a huge Mega-nah. Meanwhile, Milky Way survived luckily. And then, yeah, it's just a classic Array-and-Soul-Interaction. Now we have to Salat, yeah, exactly. Setout? Wieso Setout? Salat. Ah, so. Ah, nee, jetzt haben wir den Salat. Ach, so. Now we have to Salat. Now we have... Now we have... ...the Salat is ja auch wieder goated. Hahaha. The poor guys from the NIP, now they have the Salat. Now I'm Fox Devils Wild from your English-Kommentary. Very, very good. Your English is one-wall-free. One-wall-free? Was heißt das? Warte. Einwandfrei. Hahaha. Hahaha. I think I'm not very well, but I find the words not too fast. Hahaha. 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 One-wall-free is that's wieder goated. Jetzt die Frage wieder nur Deutsch. Die sind so verwirrt, die Armen. Die sind so... Ja, pass. Wir sind nur in der Bundesrepublik wieder. Alles gut. Das ist doch geil. Oder er hat uns gerade beim Englisch-Speed zugehört und dachte so, Junge, nee, auf gar kein Geld. Ich weiß nicht, was schon mal mehr. Bei mir ist die Frage jetzt wieder nur Englisch, by the way. Bei mir jetzt wieder nur Englisch. Die haben die auf nur Englisch gewechselt. Und sie haben den Chat... With connected errors in the... Das war acht Sekunden. Wir haben... Entschuldigung. All apologies. Nein, aber... Leute, es ist doch nicht schlimm gewesen. Es war doch lustig. Es war doch nicht schlimm. We've corrected the errors in the original tweet. Our apologies. War doch nicht schlimm. Es war doch okay, Bruder. Kein Stress. War doch witzig. Nein, nein. It's all good. It's all... Die war nur ein Like. Ich glaube, wir machen jetzt halt jetzt lieber auf. Und die Partnerschaft wirklich, wenn es denen peinlich ist. Aber denen wurden wir unangenehm. Den Namen Broskis. Na gut. Dann war es vielleicht nur für uns lustig. Jetzt wurde jemand wegen dir gefeuert. Ja, ich hoffe nicht. Weil es war einfach nur lustig. Es war nicht schlimm. Aber es ist halt ein bisschen kulturschockmäßig. Bei uns wäre es auf Twitter kein Problem gewesen. War lustig gewesen. Aber bei denen ist es scheinbar... Interaktion mit dem Tweet. Ich dachte, es ist gut. Einfach mal den JDG-Typen schreiben. Yo, es ist richtig. Oh, Flashkick von Milchmann. Aber Rookie hat damit eine gute Ult durchbekommen. Jetzt auf einmal kommt die Ult durch NIP. Ich sage mir, gar nicht so unglücklich. Trotzdem immer noch Farb, das finde ich es leicht gewonnen. Denn Kehr lebt noch. Kehr hat kein TIP mehr. Flash-Ult von Sharlahou sind super. Aber er ist der letzte Mann, der in der Mitte steht. NIP würde wahrscheinlich gewinnen. Außer dann macht noch illegale Sachen. Er wird Triple-Kate werden von Potick. Und der Einzige, der lebt, es ist wirklich Kehr. Und der Milchmann hat hier Loki gegrief. Hi, Tolkien. This is the ex-Social-Media-Manager from JDG here. Now I am fired because of my mistake in the tweet. Nein! Nein, nein, bitte nicht. Bruh. Das ist respektlos. Oh, no. This is the ex-Social-Media-Manager. Leute, das ist doch kein Problem. Voller Lust, ey. Ich liebe alles daran. Ja, ich nicht. Wenn ich jetzt am Ende die Partnerschaft direkt verliere, ich öffne mal meine Twitter-DMs. Oh, ich habe echt schon eine DM. Wait. Okay, der Tolkiener schreibt jetzt gerade eine dicke Entschuldigung. Hey, was ist das funny thing in Germany? We like to be, you know. Er hat quasi nur nachgefragt, welche Sprache jetzt actually im Stream sprechen möchte. Und so ein bisschen nachgefragt Sachen halt. Ich werde jetzt nicht alles aus der DM liegen. Ja, passt. Ja, nett. Auch gut. Also schon mal nicht die Partnerschaft verloren. Das ist gut. Währenddessen wird Zhao LaHu gecatcht. Und das ist hier ein easy Tod, ne? Also NIP hier lowkey mit dem Comeback. Dreieinsfertig bei Photik. Jetzt auch das gesteckte Moramana. Und der ist unfassbar stark. Digga. Ich mache mal eine kleine Entschuldigungs-DM, ne? Er so, ja, scheiße. Er schreibt, kein Problem. Alles gut. Die Interaction war geil. War lustig. Oh, goated. Goated, goated, goated. Oh, ist alles gut, Chats. Er lügt mich nicht an. Nein, nein, nein. Er ist gerade schon auf dem Weg zum Jobcenter. Auf Weg zum Arbeitsamt. Er schreibt so, alles gut, bro. Scheiße. Mickey Way. Die Ulti-Kunas ist nicht schlecht. Kalista Speicher ist der Künas. Der Künas sitzt, aber die Rookie und ebenfalls besonders nicht bad. Jetzt in der Bergleit Aki hat es guten Damage, der durchbringt. Aber jetzt ist die Frage, kann ein Kerl ihn anbringen? Luki ist schon dead. Und ein Drache, er speikt noch sein Feuer. Triple kill. Am Ende sogar für live auf dem Rumble. Wohan hat es gelegen, ne? Wohan hat es gelegen. Wenn ein Rudi Solo den Asiel, äh, Auweil und Sol wechselnst und verlierst dann gegen eine Kalista bei den Allmarsch-Minuten-Team-Buy, das ist das Bischof. Wir haben aber kurz DM-Chat, es sieht alles gut aus. Die sind happy, ich bin happy, ihr seid happy. We should be good, we should be good. Bis zum nächsten Mal.